Stadtwaage Der erste Weg, nachdem auswärtige Fuhrleute eines der Stadttore passiert hatten, führte zur Stadtwaage. Dort mussten sie ihre Fracht wiegen lassen, damit die Amtsleute die Zölle und Stapelgebühren festlegen konnten. Dies galt auch für die Waren, die über den Hafen angeliefert wurden. Schon im Jahr 1440 war in der Lange Straße eine Stadtwaage bezeugt. Als gegen Ende des 16. Jahrhunderts der Fernhandel zunahm, reichte die Kapazität dieser vorhandenen Waage nicht mehr aus. 1587 begann deshalb Baumeister Lüder von Bentheim, das alte Waaghaus durch einen Neubau im Stil der Weser-Renaissance zu ersetzen. Dabei entstand der Backsteinbau mit seiner einzigartigen Renaissance-Fassade. Anhand der Waage an der Fassade war auch für ortsunkundige Fuhrleute leicht zu erkennen, dass es sich hier um das Waaghaus handelte. Eher schmucklos präsentiert sich dagegen die Rückseite des freistehenden Gebäudes. Ein Relief-Fries des Ehepaars Arnor-Siese zeigt Szenen aus Handel und Gewerbe. An der rechten Ecke findet sich ein Relief mit der Darstellung aus der Geschichte von Samson und Dalila. Über einem Seiteneingang halten zwei Löwen das Bremer Wappen mit dem Schlüssel auf rotem Grund. Und